Der Böckelt-Tower, das flexible Lager- und Logistiksystem. Erleben Sie die einfache Kontrolle des Towersystems durch die mitgelieferte Software. Die Software darf in Verbindung mit dem Böckelt-Tower lizenzfrei an allen Rechnern in der Firma installiert werden. Die Regalübersicht repräsentiert den Aufbau und die aktuelle Beladung des Böckelt-Towers. Die verschiedenen Farben zeigen auf einen Blick, welche Kassetten leer, welche Kassetten teilbeladen, vollbeladen und überladen sind. Dank der Transponder in den Kassetten zeigt Ihnen die Software automatisch den aktuellen Platz der Kassetten im Regal an. Diese Funktion ermöglicht die dynamische Lagerhaltung über das ganze Firmenareal. Selbst Kassetten an einzelnen Arbeitsplätzen können eingetragen werden. Ob das Material gerade an der Abkantpresse oder am Schweißplatz in Verwendung ist, Durch einen Rechtsklick auf die entsprechenden Kassetten erfährt man sofort den Inhalt der Kassette. Sie haben eine ständige, detaillierte Übersicht, wo gerade die Kassetten und ihr Material zu finden sind. Das Suchen von bestimmten Blechsorten ist intuitiv. Einfach die entsprechende Artikelnummer eingeben und das Suchergebnis zeigt die Kassetten mit den vorhandenen Materialien an. Man sieht die Anzahl der Tafeln, deren Größe, das Datum der letzten Änderung und weitere Informationen zu jeder Position. In der Regalübersicht werden diese Kassetten farbig hervorgehoben. Durch einen einfachen Knopfdruck können Sie die LED des Lagerplatzes aktivieren und die Kassette im Regal einfach und schnell finden. Auch nach Eigenschaften kann der Lagerbestand durchsucht werden, zum Beispiel Länge, Dicke oder auch den letzten Zugriff auf das Material. Alle Änderungen der Kassetteninhalte werden protokolliert und sind im Materialreport abrufbar. So können Sie sehen, wann, durch wen und an welchem Arbeitsplatz Änderungen vorgenommen wurden. Werden Kassetten zur Zwischenlagerung bei der Produktion, zum Beispiel mit gekanteten Teilen, beladen, muss das Maß der Überhöhung angegeben werden. Diese Kassetten werden durch ein Pfeilsymbol markiert. Um freie Lagerplätze für Kassetten mit überhöhter Ladung zu finden, machen Sie einfach einen Rechtsklick auf diese Kassette und die Software bietet daraufhin mögliche Lagerplätze an. Dank der LED kann auch hier ein freies Fach schnell markiert werden. Die Regalübersicht zeigt über den Kassetten mit dem Pfeilsymbol, wie viele Fächer darüber wegen der hohen Teile nicht benutzt werden dürfen. Diese leeren Fächer werden durch ein rotes X als gesperrt angezeigt. In jeder Kassette können beliebig viele Positionen erfasst werden. Pro Restgröße erfolgt ein Eintrag mit der Artikelnummer, jedoch kein Standardmaß, sondern ein Sondermaß. Hier kann jede Größe eingegeben werden. Das Gewicht der Reststücke wird automatisch berechnet. Die Anzahl wird wie bei ganzen Tafeln eingegeben. Zudem steht dem Mitarbeiter frei, noch zusätzliche Bemerkungen in der Position zu hinterlegen. Mit der Lagersoftware besteht die Möglichkeit, einzelne Materialien und insbesondere Reste zu reservieren. Somit wird bei der Arbeitsvorbereitung fest Material zugesichert und deutlich sichtbar im System eingeplant. Die Böckelt Tower Software wird in unterschiedlichen Sprachen ausgeliefert. Die Sprachumschaltung der Software ist per Mausklick einfach zu erledigen. Für Online-Schulungen, Programmergänzungen, Updates etc. kann mittels Fernwartung der Böckelt Support schnell und einfach unterstützen. Beide Parteien sind dabei per Telefon in Kontakt und verbinden erst die Computer miteinander, nachdem eine Verbindungsnummer ausgetauscht wurde. Der Support sieht die Oberfläche des Kundenrechners und kann diesen zusammen mit dem Kunden bedienen. Während der Verbindung kann auch die Blickrichtung gewechselt werden. So kann zum Beispiel eine größere Softwareanpassung gezeigt werden, bevor sie zum Kunden übertragen wird. Die Tower Software kann durch verschiedene Schnittstellen mit anderen Systemen verbunden werden. Sie können Daten mit ihrem PPS-System abgleichen und haben einen schnellen Vergleich zwischen theoretischem Lagerbestand und dem Inhalt des Böckelt Towers. Jeder Abteilung Ihres Betriebes stehen die Informationen über den aktuellen Lagerbestand und dessen Zusammensetzung zur Verfügung. Nutzen Sie die Böckelt Tower Software und optimieren Sie Ihren Betrieb.